Was geht Leute? Ich bin's, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Super Mario Maker. So Leute, dann wollen wir mal, ja, direkt mal den nächsten Part starten und ich würde mal gerne diesmal, ja, die 100 Mario Herausforderung auf schwierig zocken. Ja, ich versuch's mal wieder und, ja, es war ein Wald schon her gewesen, dass ich einmal auf schwierig gezockt hab und, ja, ich versuch's aber trotzdem Leute, auf schwierig und, ja, ich muss natürlich von neu starten. Ja, das ist klar. Ich hatte einmal Game Over gehabt, also, ich hatte alle Leben verspielt, das war echt hart gewesen, also. Aber, ich hoffe mal, dass es nicht so passiert, also, natürlich muss ich dann viel schneiden, also mit Sicherheit, puh, das wird bestimmt hart, das erste Level. Ich weiß es nicht, aber, mal gucken. Scheiße. Okay, okay, okay. Ja, ich weiß gerade nicht, was das, äh, wer ich eigentlich gerade bin, also ich weiß es wirklich nicht. Ja, das ist mal eine Herausforderung. Okay, ganz sachte hier. Oh mein Gott. Aufpassen. Ja, okay. Und jetzt. Geht doch. Okay. Brauch ich eigentlich nicht, also ich schaff's ja trotzdem noch. Okay. Ich muss auf jeden Fall springen. Ich hab irgendwie Schiss. Shit. Aber, so vom Schwierig. ETF. Ähm, was soll das? Keine Ahnung. Jetzt muss ich aber aufpassen. Scheiße. Diese Missits. Och, nö. Das soll ich machen, Leute. Ich bin am Arsch. Oder? Ja, der muss, der muss irgendwie, ich weiß es nicht, ich komm da jetzt nicht durch. Das ist doof. Oder das geht ja auch so. Okay. Ja, dann schaff ich das leider nicht mit dem. Schade. Ich wollte es eigentlich, aber... Hm. Naja. Der Twomp. Der wollte mich einfach nicht durchlassen. So ist das halt. Aber ja. Mit Mario konnte ich das trotzdem noch schaffen. So, okay. Also, für das erste Level ist das eigentlich gut. Ja. So zum Warmmachen denke ich mal schon. Okay. Mini Puzzle 1. Mal gucken. Oh shit. Das sieht nicht... Das sieht gerade wie eine Herausforderung aus, bestimmt. Ja, wo bin ich gerade? Ich seh mich gerade nicht. GTF, wo bin ich denn? Ach. Ach nee. Ja, ich weiß, ich wusste gerade nicht, wo ich war, weil... Hä? Ich hab mich gerade nicht so richtig orientiert. Scheiße, was soll ich damit? Ja, keine Ahnung. Da muss ich wahrscheinlich überspringen. Also, ich komm gerade nicht, klar. Wirklich nicht. So ein Scheiß. Aber ich versuch mal... Den Weg, mein... Ach du Scheiße! Shit. Ach, warte mal. Nein! Nein! Scheiße! Nee, ich verspreng das. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, wie das geht. Aber ich versuch mal die andere... Ich versuch mal, ähm... Ja, wie soll ich sagen? Ich muss das jetzt... Ich muss riskieren hier. Ich versuch mal, diese Türe mal zu benutzen. Ich weiß ja nicht. Okay, wo bin ich jetzt? Scheiße. Das ist nicht gut, bestimmt. Hm. Also, es sind, ähm... Ungefähr... Warte mal. Wie viele Türen? Ähm... Sechs Türen. Und... Ein Rohr. Okay. Aber... Hm. Welche Tür soll ich denn benutzen? Verdammt. Okay, ich überspringe jetzt einfach. Weil ich will ja nicht so lange... Hängenbleiben, ne? Okay. Das sagt nichts Gutes. Nur ein Punkt. Shit. Ach ja, jetzt muss ich diese... Roten Münzen sammeln, ist klar. Ja, ja. Ja, ich benutze sie mal. Nein, das war nicht gut, bestimmt. Oder doch. Ach du Scheiße. Ich muss nochmal zurück. Nein, ich komm nicht mehr. Ich komm nicht mehr. Scheiße. Okay. Ach nee. Ja, wie soll ich sagen? Die Plattform, ja. So ein Scheiß, ey. Wirklich. Ich hab das nicht so gewollt. Okay, jetzt aber schnell. Komm, Mario. So, aber jetzt... Keine Dummheiten. Nein! Ach nee, okay. Da muss ich aber schneller sein. Shit, ja. Jetzt, jetzt werde ich mir wahrscheinlich die Leben wirklich verspielen. Okay, das ist gut. Habe ich mal. Ja, das ist die zweite. Wat? Das war die zweite? Okay. Ja, natürlich muss ich auch passen. Ja, ist klar, Leute. Das ist doch eine Verarsche. So ein Level... Kann ich nicht leiden, ey. Echt. Mein Gott, die habs ja rum. Ja, ist doch so klar. Okay, dann schnapp ich mir mal die vierte schnell. Puh. Aber es ist... Wie soll ich sagen? Es ist eine Herausforderung, so. Ein bisschen. Okay, das ist die fünfte. Jetzt brauche ich noch die Hälfte. Und ich komme ja nicht... Ach, das ist genau so eine Scheiße, Leute. Da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran, ey. Das geht gar nicht. Oh, Mann, das ist... Ey. Nein, da komme ich nicht. Das geht gar nicht, ey. Ich versprege das. Das geht nicht. Impossible. Nein, 99. Oh mein Gott. Okay. Oh, shit. Diese Trampolin. Das ist nichts Gutes, bestimmt. Ja, ist klar. Muss ich jetzt einen Wandsprung machen, oder was? Scheiße. Nein, das sieht gefährlich aus. Das sieht gefährlich aus. Nein, das... Das... Das meinte ich. Das ist gefährlich. Ja. Nein, ich passe auf. Ich will... Kein Wim halten machen. Okay. Das... Aber... Nein. Oh mein Gott. 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 Okay. Nein. Das ist die Piranhas mit den Feuerbögen. So auf dem Sack, irgendwie. Puh. Jetzt muss ich aber... Mega aufpassen. Ja, ist doch klar. Ja, ja. Man muss natürlich töten. Oh mein Gott. Das war richtig knapp. Oh mein Gott. So eine Scheiße, ey. So eine Scheiße. Schon beim zweiten Level komme ich nicht mehr klar, ey. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich hängen bleibe. Echt. Ja, bravo. Echt gut gemeistert. Echt. Okay, rest in peace. Ja. Das ist ein Scheiß Level. Was? Ich wollte das doch abbre... Ernsthaft? Leute, ich wollte das überspringen. Ach, come on, ey. Ganz ehrlich. Ja, letzter Versuch. Ja, gescheitert. Kann ich nur sagen. Echt. Echt. Ernsthaft? Wie komme ich da lebendurch? Leute. Wie geht das bitte? WTF? WTF? Keine Ahnung. Nein. Ich. Keine Ahnung. Das ist aber echt problematisch mit dem Wandsprung. Echt. Keine Ahnung. Das ist echt problematisch. Das ist sehr problematisch. Sehr problematisch. Ganz ehrlich. Sehr problematisch. Das kann man nicht so leicht schaffen. Das geht gar nicht. Nein. Das geht gar nicht. Das ist echt mit dem ganzen Stachy. Ganz ehrlich. Das ist noch schwerer. Mit dem Wandsprung. Ganz ehrlich. Verdammte Scheiße. Du Kack. Okay. Das ist gut. Das ist gut, Leute. Das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. Jetzt will ich das aber packen. Nein. Ich will das packen, Mann. Ich will das packen. Und ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Leute. Bravo. Auf jeden Fall. Also ihr seht. Ich hab 60 Leben. Und ich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leben ich. Verspielt hab. Also. Ne. Leute. Fragt mich bitte nicht. Und. Ja. Ich mach gleich weiter. Puh. Also. Gott sei Dank. Hab ich noch. Boah. Das Level geschafft. Kann ich so sagen. Aber es geht. Weiter, Leute. Ja. Irgendwie muss ja das Level machbar sein. Ich weiß es nicht. Scheiße. Das ist nicht gut, Leute. Ich denk mal. Ich bin am Arsch. Verdammt. Oh mein Gott. BTF. Das geht doch. Scheiße. Das ist doch kacke. Das ist doch ein fucking Shit, Alter. Das ist doch ein fucking Shit, Alter. Okay. Ich werde das überspringen. Oh mein Gott. Aber ich bin auf jeden Fall ein kleines Stück schon weit gekommen. Oder nicht? Oh. Egal. So. Okay. Ich muss. Scheiße. Das ist nicht gut. Ach. Okay. Eins von den Pokémon. Okay. Cool. Da ist die erste schon mal. Und WTF. Ich muss sie auch passen. Okay. Ja. Ich bin zurück noch. Er ist ein Pokémon. Gut. Okay. Hm. Welche soll ich jetzt benutzen? Verdammt. Okay. Ich weiß es nicht. Aber das ist gut. Wie das aussieht. So. Nein. Das war also der... Okay. Das war also eine falsche. Scheiße. Da bin ich jetzt Chloragen. Ganz ehrlich. Ich bin jetzt einfach... Egal. So. Jetzt machen wir noch den weiter. So. Okay. Ich weiß Bescheid. Die erste Röhre führt also zum Tod. Okay. Und ja. Das war also... Die richtige Röhre. Und ja. Jetzt muss ich aber wirklich sicher sein. Ich weiß es nicht. 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 Blurack. Ist gut. Und jetzt bin ich Pikachu. Okay. Alles klar. Okay. Ja. Die Döcke raus. Nein. Ich will Pikachu bleiben. So. Jetzt fehlen mir nur noch drei. Nein. Ihr müsst jetzt... Ihr könnt mich nicht fertig machen. So. Und da ist schon mal die vorletzte. Scheiße. Das ist nicht gut. Ach man. Das ist kacke. Ja. Natürlich. Och. Nö. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Ich wollte so gerne noch Pikachu bleiben. Aber. Na leider. Scheiße. Das war die letzte Münze noch gewesen. Aber nein. Natürlich. So. Jetzt. Geht doch. Yes. I got it. Und. Ja. Zum Glück hat er einen Checkpoint gesetzt. Das ist sehr nice. Und. Ja. Das ist die. Das ist der Kay. Den wir brauchen. Den Key. Meint ich. Und. Da ist noch so ein fetter Hammer Bro. Alles klar. Den machen wir auch noch fertig. Und ja. Ja. Sind kein Ende. Und. Ja. Da ist die nächste. Super. Okay. Ja. Ganz sachte. Scheiße. Fuck. Nein. Verarschen. BTF. Ich will nicht. Ich will jetzt nicht wieder. Äh. Okay. Noch ein Checkpoint. Alles klar. Jetzt verarschen. Gut. Nein. Ich gehe mal lieber weiter. Oh nö. Das darf doch nicht wahr sein. Ist doch klar. Ja. Natürlich. Natürlich. Ja. Ist doch klar. Aber der. Trotzdem habe ich ja noch ein Checkpoint erwischt. Zum Glück. Ja. Alles klar. Ich muss jetzt hoch. So. So. Doch mal. Ja. Endlich. Ja. Das wurde auch mal Zeit. Puh. Endlich mal ein paar Leben. Das ist echt korrekt von dem. Wirklich. Dafür. Hat er. Ja. Einen Stern verdient. Sag ich mal so. Und. Ja. Ich fand es wirklich interessant. Und. Ja. Ich fand es auf jeden Fall gut. Ja. Dass er natürlich. Ähm. Ja. Checkpoints benutzt hat. Und. Ja. Darum auch den Stern. Auch. Gut. Weiter geht's. Ja. Es ist noch kein Ende. Wir sind ja noch gar nicht mal so weit gekommen. Natürlich. Und. Ja. Ich habe ja schon fast die Hälfte. Also. Das ist gar nicht gut. Kann man so sagen. Ja. Super. Ja. 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 Das geht nicht. Verdammte Scheiße. Nein. Ich mache überspringen. Ganz ehrlich. Ja. Ich überspringe das Level jetzt. Egal. Nö. Da kommen nur Goombas. Was soll der Kack? Ist klar. Ja. Scheiße. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich alle mal. Ganz ehrlich. Echt. Das ist so ein Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe echt die Schnauze dick. Dicke voll. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja. Natürlich. Ist doch klar. Ja. Super. Oh. Wie viele Bullet Pills. Willst du mich verarschen? Was soll der? Was soll der Scheiße? Oh mein Gott. Das sind zu viele. Zu viele, Mann. Too much. Too much. Too much. Too much. Und. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe es tatsächlich geschafft. Leute. Ich habe es geschafft. Ich glaube es gerade selber nicht, Leute. Ihr hört gerade, wie erleichtert er. Das ist so krass. Boah, Leute. Okay. Ich bin erleichtert auf jeden Fall. Ja. Dass dieser Horror durch ist. Also nur dieses Level, Mann. Und mal gucken, ob ich das bis zur Hälfte wirklich schaffe. Ey. Ich weiß es nicht. Ich wage es zu bezweifeln. Ich habe es nicht. Hör mal. Ey. Jetzt weißt du was? Ja. Ich kann gerade nicht. Du nervst es gerade. Echt. Wer ist das? Weißt du? Halt die Schnauze. Komm mal. Oh mein Gott. oh mein gott nein das geht gar nicht leute das geht nicht das geht nicht jo ist klar leute wie soll ich das schaffen das geht gar nicht leute das ist doch ganz ehrlich ich habe keinen bock nein denkst du ich weiß nicht ob da irgendwo ein block versteckt ist vielleicht schon vermutlich aber anscheinend nicht man so ein scheiß und ja ich überspringen am besten ganz ehrlich aber das ist am ende so eine scheiße ist leute dass das echt ja 33 leben leute da sieht ja schon wie viel leben ich verspielt habe wahnsinn mein gott wie soll man das bitte schon schaffen das geht doch gar nicht mein gott das genau dieser scheiß was ich ich habe echt keinen bock mehr auf den scheiß das ist so ein scheiß level ey ich hasse die levels alle ja natürlich natürlich und ja ich bin kleiner super und rest in peace rest in peace man das geht gar nicht auch kommen ja ganz ehrlich rest in peace rest in peace habe ich gesagt ganz ehrlich scheiß level ich hasse levels ich hasse die levels alle alle auf schwierig wirklich ja sehr clever gelöst scheiße ich renne durch ich das geht gar nicht ey du kleiner du cool ok ach nee ich muss dann wieder wieder WTF ok also darum brauche ich den schlüssel ok what the fuck ja jetzt weiß ich jetzt jetzt weiß ich warum ist klar ja natürlich scheiße verdammt ich muss schnell sein nein ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot das sieht gut aus leute das sieht sehr gut aus ja ich habe es geschafft ja gott sei dank und ja das ging auf jeden fall schneller als die anderen levels auf jeden fall also ich denke mal nicht dass ich cutten dass ich das cutte ey also ne gut der Weltrekord war 14 Sekunden ok und 495 Millisekunden ja und mein Rekord ist 27 Sekunden und 513 Millisekunden ja ok leute dann werde ich jetzt mal auf der stelle jetzt den part beenden und ja natürlich geht es dann direkt hier weiter ist klar aber ja ich höre jetzt wirklich mal auf aber ne oder doch ich mache noch ein Level leute wenn das jetzt nicht so nicht so lange hier hängen also wenn ich nicht lange hängen bleibe ja hab ich nicht da ist nur ne Münze ey nur eine perfekte Münze ok ja hat mir sehr weiter geholfen bestimmt ach nö jetzt hab ich die noch verloren ey ist klar scheiße leute mir fehlt die erste mann wo ist die erste wo ist die erste rote mann was fluche ich hier alles klar scheiße ok ich weiß nicht aber hm ich weiß auch nicht ob ich noch welche verpasst hab aber das sind ja nur 5 und scheiße ich hab kein checkpoint da ist kein checkpoint man so ein scheiß ach doch ich hab den doch ach du scheiße ok ok ist jetzt nicht so schlimm scheiße der muss wahrscheinlich diese blöcke zerstören der panzer ich wette dann kann ich auch zu diesem ähm zu diesem 1k zu diesem 1k da wie ihr seht ja 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 leck mich ähm willst du mich verarschen da war ein kuba ok sonst passt scheiße ich bin am Arsch ich bin am Arsch ich bin am Arsch bleib stehen verdammt ok leute da musste ich jetzt leider den Part aufhören auf der stelle tut mir leid es geht nicht anders weil ich befürchte dass ich wieder lange hängen bleibe und ja leute tut mir leid dass ich das level nicht abschließen kann also ja wieso was heißt kann also ja ich will jetzt nicht so lange aufnehmen und darum ja höre ich jetzt mal den Part auf und ich hoffe mal ja dass der Part euch gefallen hat ja ich bedanke mich fürs zuschauen auf jeden fall und ja bis beim nächsten mal die 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 Vielen Dank.